Hallo und herzlich willkommen zurück beim Adeptus Stammtisch. Zweite Video zu unserer Better Battle Ready Org Reihe. Wir bemalen heute die Schulter und das Achsblatt, beziehungsweise das Casing von der Kettenachse vom Chopper. Und zwar wollen wir das in den Farben der Batmoons bemalen. Batmoons sind gelb. Warum Batmoons gerade bei Nahkämpfern? Ich habe die einfach gelb bemalt. Und wir sehen hier schon die erste Farbe. Das ist Chrome Yellow von Vallejo Air. Warum eine Airbrush Farbe? Die Airbrush Farbe deckt in ähnlichem Finish wie eine Kontrastfarbe. Und dementsprechend haben wir ein schönes gelbes Finish da drauf. Dann nehmen wir Lilith Yellow von Scale75 Fantasy. Das ist ein schönes helles Gelb zum Highlighten von den Kratzern auf der Rüstung. Dann von Vallejo das Gunmetal. Und ebenfalls von Scale das Bosch Chestnut. Wir beginnen hier mit Gelb. Und zwar wollen wir damit, wie gesagt, einfach eine, vielleicht zwei, das ist immer eure Entscheidung, Schichten auf die Rüstung auftragen. Beziehungsweise auch nicht zu vergessen, unten die, der Ländenschurz. Aber nur, wenn diese aus Stoff besteht. Es gibt nämlich einige von den Beast Snacker Boys, beziehungsweise auch von den Squickhawk Reitern, die eine Squickhaut haben. Die wird dann noch anders bemalt. Aber ihr seht es hier schon. Ich trage das ganz dünn auf und einfach eine schöne Schicht Gelb. Wenn das getrocknet ist, seht ihr schon, wie gut es gedeckt hat. Ich habe es jetzt hier auf eine Nasspalette gemacht. Das verflüssigt das natürlich noch weiter. Wenn ihr das einfach auf eine normale Palette oder auf eine normalen, ja, was auch immer, wo ihr eure Farben drauf macht, kleckst, dann dürfte das eigentlich besser decken, auch noch als hier. Der Vorteil von den Airbrush Farben ist in der Regel, man sieht dann die Pinselstriche nicht, weil sie eben sehr flüssig sind. Und ja, ihr könnt ja mal, oder ihr könnt ja überlegen, was ihr machen wollt. Ich habe zwei Schichten Gelb genommen. Einfach, wenn man das im Batchpainting betreibt, dann nimmt man halt einfach wieder das erste Modell, wenn man beim letzten fertig war. Und dann ist die Farbe nämlich schon getrocknet. Dadurch geht das auch super schnell. Und, wie gesagt, auch nicht den Chopper vergessen, weil der für die, oder das Casing halt auch gelb wird. Oder entsprechend dann eurem Orden. Zu anderen Orden, wenn ihr Bedarf habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich mir auch nochmal die Rüstung von anderen Orden angucken. Oder was heißt Orden? Nein, von Clans natürlich, weil Clans sind besser. Dann würde ich dazu auch nochmal ein Video machen. Ja, als nächstes kommen wir dann zum Lilith Yellow von Scale75. Und wir malen damit, wie man es hier sehen kann, die kleinen Kratzer in der Rüstung und die kleinen Dots, beziehungsweise auch die Nieten. Da werden wir diese mit dieser Farbe highlighten. Und ja, das sieht ganz cool aus. Man sieht es nicht so ganz gut hier auf der Kamera, aber ihr seht den Unterschied auf jeden Fall, weil die Farbe wirklich sehr, sehr hell ist. Alternativ könnt ihr natürlich auch andere Farben benutzen, sowas wie Flash Kids Yellow von Games Workshop oder das Deep Yellow von Vallejo Model Color zum Beispiel. Die funktionieren alle. Statt dem ersten Gelb, also statt dem Chrome Yellow, könnt ihr auch eine Kontrastfarbe von Games Workshop benutzen. Ich würde nicht zu den Kontrastfarben von Scale greifen in diesem Fall. Ich habe die Gelb-Töne ausprobiert in Vorbereitung für dieses Video und ich fand die nicht so gut. Die haben keinen kräftigen Farbton. Aber die Games Workshop Kontrastfarben sind in der Sicht ganz gut. Ich würde hier eher Nastrack Yellow, nein, eher Yanten Yellow empfehlen als Nastrack Yellow, weil Nastrack Yellow ein bisschen zu orange ist. Gut, jetzt wo der Ork geheiligt ist, werden wir noch die Logos auf manchen Schulterblättern bemalen, weil manche der Orks haben ja eine Ikone auf ihrer Schulter. Und zwar nehmen wir dafür Blood Angels Red und gehen dann einfach mit einem kleinen Pinsel, ich habe hier eine Nullpinsel genommen, auf der Ikone lang. Wenn es nicht hundertprozentig deckt, weil das Gelb schon sehr kräftig ist, dann macht einfach noch eine zweite Schicht hinterher. Das sind nicht so viele Modelle, deswegen ist das immer noch relativ zeitsparend. Und es sieht einfach besser aus, wenn das Rot hier deckend ist. Solltet ihr kleinere Fehler machen, könnt ihr mit dem Gelb einfach nochmal drüber malen, weil das kräftig genug ist, dass das mit ein, zwei dünnen Schichten das Rot einfach wieder übermalt. Ja und zu guter Letzt kommen wir jetzt zur Witterung der Schulter, weil so sehen die immer langweilig aus, wenn die so clean sind, gerade bei Orks. Und dafür werden wir uns ein Stofftuch nehmen, einen kleinen Schwamm oder ein Wattestäbchen. Ein Schwamm ist in der Regel besser, aber wie gesagt, ein Wattestäbchen tut es auch. Und wir legen uns ein bisschen Silber auf die Nasspalette, beziehungsweise auf die Palette oder die Unterlage, die wir benutzen und stoßen da einmal unseren Schwamm rein und versuchen hier die ganze Farbe loszuwerden, bis nur noch ganz, ganz, ganz wenig Silber zu sehen ist. Ihr seht, ich habe meinen Schwamm so ein bisschen auseinandergerissen, damit er weniger Struktur hat und wir machen jetzt einfach ein paar ganz kleine Tupfer auf die Rüstung. Das gleiche machen wir dann auch nochmal mit unserem Braunton, nämlich mit Bosch Chestnut. Dafür könnt ihr auch einfach Rhinoxide nehmen oder wenn es ein bisschen hellerer Matsch sein soll, dann könnt ihr da auch Dry Park nehmen oder Beastie Brown von Vallejo. Und für das Gunmetal könnt ihr auch Leadbelcher nehmen oder Alternativen von Vallejo, beziehungsweise Gunmetal ist ja von Vallejo. Also Heavy Metal von Scale wäre auch noch eine Option. Ja und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert auch die Glocke. Und schaut gerne bei unseren Partnern vorbei, bei Schock 2 und den Hildesheimer Gelegenheitswürflern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, wo wir uns um die Lederparts an den Org-Modellen kümmern. Oder die anschauen, so rum. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.